Der FC Bayern ist die beste Fußballmannschaft der Welt und die Deutsche Telekom ist einer der führenden Technologieanbieter in der Welt und wir bringen das hier gerade ein Stück weit zusammen, um neue Ideen, wie man Sport erleben kann, wie man Fußball erleben kann, hier auszuprobieren. Und da kommt eine ganz neue Disziplin zusammen, nämlich nicht die Athleten, sondern jetzt kommen die Nerds und die Athleten zusammen und das ist eine einmalige Atmosphäre, die wir haben. Nerds, Athleten im Fußballstadion denken darüber nach, wie Menschen zukünftig Fußball mit dem FC Bayern erleben können. Und das ist schön zu sehen, wie die sich hier freuen. Also die Augen, die strahlen richtig und ich glaube, die werden hier in vier Tagen sehr viel Spaß haben. Der FC Bayern Hack-Days hat einen großen strategischen Sinn für uns. Wir haben entschieden, dass in 2018 die Digitalisierung unserer Klub für unsere Off-Pitch-Aktivitäten sein wird. In der Zukunft sind nicht nur 70'000 Leute, die ein Spiel sehen und alles, was in der Gemeinschaft passiert, sondern es wird der ganze Welt sein. In der gleichen Zeit, in der gleichen Moment, und das ist etwas Unusuales. Ein Fußballstadion mit so vielen Computer-Gigs ist sehr, sehr beeindruckend. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Und das ist sehr, sehr beeindruckend.